Servus Unterlöchen liebe YouTube Community, heute gibt es kein Display, nein, ich stelle mich lediglich heute mal ordentlich vor. Die Tatsache, dass ich das nicht früher getan habe, basiert einfach darauf, dass ich erst mal älteren Kram von meiner Festplatte löschen musste, um dieses Video produzieren zu können. Klingt nach einer Ausrede? Yes, it is. Die Wahrheit ist einfach, ich habe es verpennt. Ja, ich ergebe es zu, ich habe es vergessen. Niemand ist ein Fehler bei, ich schon mal gar nicht, außer Chuck Norris vielleicht, aber gut, das ist ein anderes Thema, tut nichts zur Sache, ja. Ich bin der X1X, man schreibt mich XS1L3NTX, ja, das ist eine typische Lieblingsschreibweise. Wer das nicht weiß, googelt es einfach mal, gibt eine Menge Informationen zu. Zu meiner Person gibt es noch nicht viel zu sagen, außer, dass ich gerne Spiele spiele, eine Worte, ja, Spiele, Spiele. Ja, wer tut das von den anderen Let's Player nicht so gerne. Ja, ich programmiere gerne, momentan bevorzugt, Minecraft-Server-Plugins, die ich dann wieder auf unserem Server bereitstelle. Und ich schreibe auch ganz gerne mal Story-Ideen auf, um die dann hoffentlich irgendwo einsetzen zu können. Ähm, außerdem, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen, bin ich einer der Serverleiter von iBuild-Server.com, auf dessen Server ich mich gerade befinde. Wir sind eine Mischung aus verrückten und netten Leuten der iBuild-Community, die auf unserem Teamspeak3-Server immer ihr Umwesen treiben. Äh, ihr wollt mehr wissen, dann schaut doch einfach mal in die Videobeschreibung. Ja, eine Servervorstellung von mir wird es erst jedoch später geben. Wie ihr es von meinen bisherigen Videos vielleicht bemerkt habt, ich bin noch neu in der Let's Play-Szene und sehr bemüht, mich zu verbessern. Ja, ich gebe es zu Teil 1 und 2 von meinen See-It-Journal waren jetzt nicht der Kracher, aber man muss dazu geben, eine Steigerung Teil 3 ist auf jeden Fall drin. Und ich empfehle euch auch weiterhin reinzuschauen, wenn es neue Teile geben wird. Ich muss dazu sagen, ich bin kein reiner Let's Player. Es wird mehrere Kategorien geben, Let's Battle oder etwa Let's Talk. Na ja, mal sehen. Ein Corp. UTV habe ich ja auch schon hochgestellt und das werde ich auch natürlich noch in der Videobeschreibung verlinken. Oder eben, es wird auch noch andere Sachen, wie Path of Exile und, na, lasst mich überraschen, was ich alles so im Petto habe. Dies werde ich natürlich nicht immer alleine machen, da ich mindestens noch ein paar andere angehen, die Let's Player kennen, wie etwa Secure LP, Icarus LP und noch ein paar andere. Natürlich steht das auch alles in der Videobeschreibung. Hiermit bin ich am Ende des Videos angelangt. Habt ihr weitere Fragen, so schreibt es in die Kommentare. Ich werde mich bemühen, es wahrheitsgemäß zu beantworten. Na denn, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020